Moinzeit Leute, hier sind wir wieder bei Outriders und die Tagebuchnotizen in der Trümmerzone 7 sind sie allgemein, also gleich die erste am Lager, so, am Lager, hier rein, dann kommen wir hier zu einer Kreuzung, einmal links lang zu links und einmal rechts lang, die gehen rechts lang und hier haben wir die Notizen, so, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Notiz, so, wir sind jetzt hier hinten in der Spalte, so, hier haben wir einmal den Aufweg und hier lang müssen wir einmal weiter da ist das nächste Kreuzung, wir müssen hier lang, den hätte ich aber leider schon in den vorigen Missionen gefunden hier liegt er ja hier sind wir verseuchte Außenposten in der Hauptmission müssen wir hier rein, wir gehen aber nicht da rein, nur kurz zeigen, wo ich bin hier an dem Lagerfeuer so nicht da lang, wir gehen hier lang an diesem bisschen gelb markierten so hier an der Leiter vorbei und da seht ihr sie schon da haben wir den nächsten hier hier wir sind hier im Fabrikeingang und an dem Teil hier und ihr seht schon dahinter meine netten Kollegen hier liegen die Nösten so, nachdem wir hier die Kabel folgen in der normalen Hauptmission, auf die ihr jetzt Zeit machen könnt, haben wir hier einmal noch die Sprengsätze und daneben sind die Notizen und dann kommt nur noch eine also sechse müsst ihr sammeln und die siebte bekommt ihr so in einer Mission also nicht wundern nachdem die Videosequenz vorbei ist hier mit Seth könnt ihr neben Seth die Notizen einsammeln also macht es gut bis zum nächsten Mal